Religion Man geht davon aus, dass die Religion so eine Institution ist für Spiritualität, Glauben, Gotthuldigen. Aber wir werden sehen, dass es da eigentlich gar nicht darum geht, sondern es geht um Geld und nicht wenig. Es geht um Land, auch nicht wenig. Sternkunde, Astrologie, Astrotheologie, Sonnen, Mond und Sternen. Und wir werden da etwas genauer hinschauen. Man geht davon aus, dass der Vatikan die höchste Instanz ist, zusammen mit dem Papst. Und wir werden dann im Verlauf dieses Videos noch sehen, dass es eben nicht nur um die Christen geht, sondern grundsätzlich über alles, alle und alles. Der Vatikan hat Luzifer, ein Instrument, das den Astronomen, den Sternenguckern hilft, durch die Dunkelheit sehen und dort weit entfernte Objekte beobachten zu können. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, ja, Luzifer, der Lichtbringer, damit sie durch die Dunkelheit sehen können. Unten links haben wir den Papst, wie er da sitzt mit seinen zwei Begleitungen und den kostumierten Garde. Und hinten, das ist ja spannend, dieses Kunstwerk, sieht aus wie eine Form von Zerstörung. Man könnte da irgendwie atomare Explosionen sehen, wie das Ganze dann zerstört und zerflieht. Und dann diese, ja, wir wollen nicht sagen Monster, aber einige würden sagen, das wäre Christus. Aber es sieht definitiv nicht so aus, als ob das irgendetwas wäre, das man anhuldigen, anbeten sollte oder müsste, wenn man denn im Glauben steckt. In der Mitte haben wir, das müsste die Audienzhalle sein, die aussieht wie eine Schlange, ein Schlangenkopf. Und unten der Vergleich, wir haben sogar die Fangzähne. Zwischen diesen Fangzähnen ist eben diese Skulptur, die wir unten links sehen. Und da können wir auch erkennen, das Ausmaß, also die Größe dieser Audienzhalle, wie riesig das Gebäude ist. Und unten auch die gespaltene Zunge. Und wenn man religiös ist, irgendwo in der Bibel gibt es eine Stelle von der falschen Religion und den falschen Zungen, wäre da wohl der Hinweis darauf. Und wenn man nach Luzifer sucht, in Bezug oder im Zusammenhang mit Vatikan, dann kommen die Factchecker und wir haben das selbst gefactcheckt. Und zwar sagt das Max-Planck-Institut, spricht darüber, über Luzi, das wäre dann der Spitzname von Luzifer, A Near Infrared Camera and Spectrograph for the LBT. Und LBT, Luzifer unten rechts, LBT Near Infrared Spectrograph Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Das ist einfach so ein 3D-Modell von dieser Anlage. Hier ebenfalls 3D-CAD von diesem Teleskop. Das ist ein vermeintliches Bild, was dieses Teleskop sehen kann. Hier haben wir den Mount Graham International Observatory, Vatican-owned. Also eben der Factchecker sagt, nein, das ist Mount Graham, das gehört nicht dem Vatikan. Aber eigentlich geht es auch mit unter anderem um Gesetze. Code of Canon Law, also es geht hier um Gesetze. Und das ist eigentlich der Master, das Oberhaupt für alle Gesetze. Also auch diese internationale Gesetzeskommission, die wir auch gesehen haben, bei der Weltregierung ist da ja nur eine Kommission. Aber der Taktgeber ist in diesem Sinne die Kirche. Deswegen steht ja auch in beinahe jedem Dorf eine Kirche. Weil wenn die Glocken klingen, ist das der Taktgeber. Also da haben sich einige zusammengetan, Verschwörung. Und man weiß nicht so ganz genau, um was es da wirklich geht, weil sie geben ja vor, ja, da eine Täuschung, dass es um Spiritualität, Glaube und Gottesuldigung geht. Und weil es ja Gott nicht gibt, braucht es einen Vertreter. Und dieser Vertreter ist der Papst. Aber der Papst ist ja das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und hier etymologisch, zur größten christlichen Kirche, an deren Spitze der Papst steht, gehörend. Diese Kirche bezeichnend, beziehungsweise betreffend. Also das ist das, was man unter katholisch versteht. Also das Wort bedeutet eigentlich allgemein, generell, universal. Und die Wortendung al ist referenzierend auf das, was davor steht. Und davor steht wieder das Univers. Un-i-vers, eine Strophe, eine Zeile, eine Linie. Dann im Ganzen, im Allgemeinen überhaupt, also alles, alles zusammen, überhaupt, ganz ungeteilt, vollständig, also eigentlich über das Ganze hin, universal, allgemein, geltend, besitzend. Das ist das, was Katholizismus eigentlich ist. Und auch in der englischen Etymologie haben wir dieselbe Begrifflichkeiten. Universally accepted, universal, general, ja. General, all, referenziert auf genere, allgemein. On the whole, in general. Dann haben wir andere Religionen oder Wörter von Religionen noch gesucht. Und beim Muslim, Muslim, haben wir den Muselmann, der Unterwerfende. Ja, verweist auch auf die Hierarchie, so wie er beim Katholizismus für den Papst der oberste ist. Also auch da Hierarchie. Dann Islam, in der englischen Etymologie, literally submission. Ja, das wäre eben das Unterwerfen, Unterwerfung. Judaism, das wäre eigentlich der Glaube der Juden und heißt literally Jewhood, also auf Deutsch Judentum. Der Jude, im Englischen, sagen sie, dass das eine Rasse ist. Auch spannend, ja. Hitler wollte ja mit seiner Rassentheorie beweisen, dass der Jude eine Rasse ist. Aber angeblich im späten 12. Jahrhundert war das anerkannt. Nehmen wir auch mal so hin, wir selbst hätten jetzt gesagt, der Jude ist ein Mitglied der Religion. Nichts weiter als das, aber sind da selbst überrascht. Literally celebrated, also der Gefeierte oder die Gefeierten. Auch spannend, weil es wird ja gesagt, dass die Juden die Außerwählten sind. Und da muss man sich auch immer fragen, wer hat die Juden auserwählt und vor allem für was. Dann unten, as an offensive and opprobrious term, person who seeks gain by sole deed means, heißt auf Deutsch als beleidiger und schmählicher Begriff, Person, die mit schmutzigen Mitteln nach Gewinn strebt. Könnte man sagen, die schmutzigen Mittel sind der Kommerz. Und der Kommerz unterliegt dem Katholizismus. Vermögen der römisch-katholischen Kirche. Hier haben wir immer noch das Römische Reich, das da mitwirkt. Und Wikipedia sagt da, die Einnahmen sind primär aus Kirchensteuern, Kirchenbeiträgen, Spenden und Erträgen aus wirtschaftlichen Unternehmungen und Beteiligungen, auch staatliche Unterstützung und Steuervorteile. Ja, hat mit Glaube, mit Spiritualität, mit Gott gar nichts zu tun, sondern ist einfach nur Kommerz. In der Schweiz sind die Einnahmen hauptsächlich aus Kirchensteuern, aber natürlich auch Mieteinnahmen werden wir dann noch sehen. Und auch hier von Betrag her eine Milliarde, werden wir noch sehen, scheint wenig zu sein. In den Vereinigten Staaten hat zumindest in den 1970er Jahren über 1,1 Millionen Hektaren Ackerland besessen und im Zuge des Missbrauchsskandals meldeten folgende Bistümer Konkurs an. Dadurch konnten die Diözesen Ansprüche von Klägern abwenden. Auch spannend, nicht? Das klingt schon fast nach Korruption. In Deutschland Vermögenswerte von Grundbesitz, Immobilien, Geldanlagen und Beteiligungen der katholischen Kirche und der zu ihr gehörenden Institutionen auf ein Vermögen von 270 Milliarden. Also gegenüber der Schweiz ist das ein großer Unterschied. Und die römisch-katholische Kirche sei mit 8.250 Quadratkilometer Grundeigentum grösster privater Grundbesitzer. Also hier sehen wir auch, die katholische Kirche ist ein privater, um nicht Pirater zu sagen. In den Medien, im Juli 2021, Vatikan veröffentlicht erstmals Güterbericht. Ja, 5.171 Immobilien und ein Skandal. Am Dienstag beginnt im Vatikan ein Immobilienprozess gegen einen einflussreichen Kardinal. Um für Aufklärer zu sorgen, veröffentlicht der Kirchenstaat erstmals seinen Güterbesitz. Nur rund 40% der Immobilien werden zu marktüblichen Preisen vermietet. Das impliziert, dass die anderen tendenziell eher höher sind, aber wir wissen nicht, das könnte auch günstiger sein. Der Vatikan besitzt viele punktvolle Gebäude. Nur wenige allerdings sind so punktvoll wie der Petersturm in Rom. Okay, dann SRF. Die Reichtümer des Vatikans aus Rondevue vom Dezember 16. Reichtum des Vatikans. Wie viel besitzt die Kirche in Rom wirklich? Papst Franziskus hegt einen Wunsch. Kurz nach seiner Wahl vor bald vier Jahren, sagte er, also das wäre dann 2012, ich möchte eine arme Kirche, eine Kirche für die Armen. Wirklich arm ist der Vatikan aber nicht. Von Massimo Agostinis, eben Dezember 16. Im selben Artikel, die Hauptumnahmequelle des Vatikans. Der Erlös aus den Eintritten in die Vatikanische Museen spült jedes Jahr rund 90 Millionen Euro in die Kassen. Die Vatikanbank, IOR, steuert jedes Jahr etwa 25 bis 50 Millionen bei. Wie auch immer diese Vatikanbank zu Geld kommt. Einen Teil des Budgets bestreitet der Heilige Stuhl mit den Einnahmen aus seinem Immobilien- und Anlageportfolio. Hinzu kommen die Einnahmen aus der weltweiten Kollekte. An Ostern, der Sammelerlös geht in der Regel zu 100% nach Rom. Und die Gläubiger glauben, dass wenn sie da spenden an der Kollekte, dass das für einen guten Zweck gemacht wird im Sinne von Caritas oder Hilfswerk oder irgend so ein bisschen. Nein, es geht an Rom. Und auch spannend, wenn man von Vatikan, Vatikan Staat spricht und Rom als Stadt oder das Römische Reich als Imperium, dann wäre ja der Vatikan Staat einfach die höchste Instanz der Verwaltung. Einen Großteil dieses Geldes investierten die Säckelmeister des Vatikans schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Liegenschaften an bester Lage in europäischen Hauptstädten. Sie legten so den Grundstein für die gesunden Finanzen des Gottesstaates. Ja, mit den Geldern von Mussolini werden wir noch sehen. Now, der Vatikan und Papst Franziskus besitzen in der Schweiz Immobilien. Der Vatikan ist reich und das Vermögen des Kirchenstaates wächst von Jahr zu Jahr. Also noch steigernd. Einnahmequellen sind zum Beispiel Mieten, auch von Schweizer Liegenschaften. Vatikan kauft Immobilien mit Mussolini-Geldern. NZZ, der jüngste Finanzskandal im Vatikan erfüllt so manches Klischee. Die Investition in einer Londoner Luxusresidenz endete für den Heiligen Stuhl jüngst mit einem Verlust von dreistelliger Millionenhöhe. Das ist ja ein Klacks für den Heiligen Stuhl. Der mutmaßliche Verantwortliche wurde nicht etwa zur Verantwortung entzogen, sondern zum Kardinal befördert. Das klingt nach Korruption. Das war ein Artikel im Dezember 2019. Also wir könnten da einen Eindruck dieses Unternehmens erhalten. SRF, Eko-Spezial, der Vatikan, sein Geld und seine Probleme. Das heilige Vermögen des Papstes Immobilien in der Schweiz. Der Vatikan besitzt in der Schweiz ein Dutzend Wohnhäuser, doch die Mieter kennen ihren Warenvermieter nicht. Ein Artikel vom Juni 2018. Dann allgemeine Suchergebnisse zur Kirchensteuer. Kirchensteuer in Deutschland ist eine Steuer, die Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern zur Finanzierung der Ausgabe der Gemeinschaft erheben. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Kirchensteuer von den Finanzämtern der jeweiligen Länder eingezogen, die dafür eine Aufwandsentschädigung einbehalten. Auch hier klassischer Kommerz. Man hat einen Vermögensverwalter oder ein Finanzamt, das die Gelder einzieht. Und für die Aufwände werden sie entschädigt zu einem bestimmten Teil und der Rest geht dann weiter. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn die Aussage wahr ist zur Finanzierung der Ausgaben der Gemeinschaft. Also wenn wir in eine Religionsgemeinschaft treten und da Geld geben und eben diese Gemeinschaft dieses Geld verwendet, um Gebäude, also die Kirche in dem Moment oder vielleicht auch Beigebäude, zu bewirtschaften, zu pflegen, zu reinigen und all das Zeugs, dann wäre ja das noch völlig legitim. Aber in Deutschland ist es so, dass die Finanzämter das Geld einziehen, dafür Entschädigungen überkommen und wohin geht der Rest? Warum bekommt die Kirche Millionen vom Staat? Also auch der Staat zahlt der Kirche Millionen, also hier in Deutschland. Und da kann man sich fragen, woher hat denn der Staat dieses Geld? Das sind die anderen Steuern. Eine der Hauptannahmequellen der Kirche ist die Kirchensteuer. Im Jahr 2021 etwa 6 Milliarden Euro für die evangelische und 6,7 Milliarden Euro für die katholische Kirche. Und da haben wir auch wieder dieses links-rechts. Im Endeffekt geht ja alles an die eine Kirche. Also jegliche Steuer, die wir zahlen, geht an die Kirche. Kirchensteuer-Definition einfach erklärt, Kirchensteuer-Definition einfach erklärt. Dann haben wir etymologisch Religion, eben eigentlich Glaube an als existent vorausgesetzte überirdische, heilige, göttliche Mächte. Aber ist eigentlich nur eine kultische Verehrung. Legere, von Religion Legere, auflesen, sammeln, auslesen, auswählen, lesen. Das Sammeln wäre das Seelensammeln. Das Auslesen wäre das Auswählen. Du bist der Auserwählte, du darfst jetzt da vor mich hinknien. Religare, zurück auf, anbinden, befestigen. Und dann unten dieses Binden, Bindung des Menschen an Gott, der Bond, der James Bond. Und da haben wir eben den Kommerz, werden wir noch detaillierter anschauen. Wir haben zu Kult, respektive Kultuhr, eine Episode gemacht. Im Englischen State of Life Bound By. Auch hier, Gebundensein, Devotion, Unterwerfung, Moral Obligation, die morale Verpflichtung und auch hier Kult. Religare, to bind fast. Also recht schnell binden, nicht nur binden, sondern recht schnell binden. And then, und das ist jetzt das Spannende, place an obligation on. Bind fast heißt, kaum bist du geboren, wirst du gebunden. Und zwar durch das Unterzeichnen der Geburtsurkunde. Und damit ist der Bond gemacht, die Obligation platziert. Bond between humans and gods. Interessanterweise hier in Mehrzahl. Ötymologie, Obligat, Obligation. Verbindlichkeit, ja, dieses Binden wieder, der Bond. Verpflichtung, also jede Pflicht ist eine Obligation. Ein Binden an etwas und dann dieses Schuldverschreiben. Und wenn wir das wieder auf die Geburtsurkunde beziehen, ist das eine Schuldverschreiben. Und deswegen, sobald wir das 18. Lebensjahr erreicht haben und das Recht haben zu arbeiten, zu wirtschaften, dürfen wir auch Steuern zahlen. Weil wir unsere Schuld abarbeiten müssen. Die Kirche, etymologisch, dem Herrn gehörig. Gehörig von hören, aber auch gehörig gehört, also besitzen. Aus dem Englischen, the church, zirize, zirze, ecclesiastical authority or power. Ekklesiastisch, eben die Kirche, kirchliche Autorität oder Macht. Ekklesiastisch, eben die Kirche, kirchliche Autorität oder Macht.